Hallo, mein Name ist Thomas Hanadra. In diesem Videotraining zeige ich Ihnen, was den 3D-Druck so spannend macht und wie Sie ihn erfolgreich einsetzen. Ich befasse mich seit 2009 intensiv besonders mit dem 3D-Druck im Consumer-Bereich. Dabei arbeite ich an der Weiterentwicklung der Geräte mit und betreue einen Teil der Community rund um die Open-Source-3D-Drucker. Dieses Videotraining richtet sich an alle, die überlegen, in den 3D-Druck einzusteigen oder gerade die ersten Erfahrungen sammeln. Vorkenntnisse werden dabei keine benötigt. Trotzdem können Sie bereits gewollene Kenntnisse aus der 3D-Modellierung oder dem CAD-Bereich gut einbringen. Zunächst lernen Sie die Grundlagen des 3D-Drucks kennen und erhalten einen Überblick über die verschiedenen Druckmethoden. Anschließend betrachten wir die Geräte der Consumer-Klasse näher und lernen, wie die einzelnen Komponenten zusammenarbeiten. Danach zeige ich Ihnen, worauf Sie bei der Erstellung der Modelle für den Druck achten sollten und helfe Ihnen, die Daten richtig vorzubereiten. Zum Schluss erfahren Sie, mit welchen Möglichkeiten Sie das Druckergebnis für verschiedene Anwendungen optimieren können und was die nächsten Schritte mit Ihrem 3D-Drucker sein sollten. Unternehmen Sie mit mir Ihre ersten Schritte in die automatische Herstellung Ihrer Kreationen. Viel Spaß mit dem Videotraining Einstieg in den 3D-Druck.